Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 13. Oktober 2022 und heute haben wir den Wagen. Kraft ihrer Entschlossenheit und Konzentration können sie verschiedene oder gegensätzliche Energien erfolgreich in Einklang bringen. Sie haben sich die Auszeichnungen und Anerkennung verdient, die sie erhalten. Heute scheinst du wahrscheinlich Anerkennung zu bekommen und das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ansonsten gibst du dir einfach selber diese Anerkennung. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.